und damit moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session wir sehen hier eine scholle von drei kilogramm ein echt schönes exemplar und ich möchte euch ganz gerne zeigen womit wir unterwegs sind und zwar haben wir hier 60 kilo ausstattung mit maggots auf drei nuller haken verschiedene konstellationen schwarz weiß schwarze perle braun rot schwarze perle und rot orange rote perle und wir sind unterwegs gegenüber vom hafen da drüben ist der hafen wir sind hier 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 ist unterhalb der bergkette da hinten weiß ich nicht ob man da noch weiter spazieren sollte auf jeden fall haben wir hier in der nähe die 38 meter die 13 meter auf jeden fall haben wir in der nähe was ich eigentlich sagen wollte eine relativ lange seicht stelle die wir heute mal ein bisschen unter die lupe nehmen werden und ich weiß dass ein streamer kollege von mir neulich hier unterwegs war das will ich mir auf stream irgendwann noch mal in ruhe anschauen aber wir werden heute auf jeden fall mal den abschnitt unsicher machen und mir anschauen was hier so abgeht und wie gesagt die scholle haben wir auf jeden fall schon mal ja ich würde sagen mutig voran weiter geht's let's go so was mir gerade noch einfällt bzw was ich noch mal schnell nachgucken wollte auf was hat sie denn gebissen auf megge 2 das ist dieser hier der bräunliche der gesprengelte gut zu wissen ich möchte anmerken dass mir die scholle als trophäe durchaus noch fehlt weswegen ich sehr dankbar wäre wenn sie uns heute eventuell mal besuchen kommt aber eile mit weile erst mal ordentliches jick führen üben und danach geht es weiter da ist der nächste bis ab und zu mal ein bisschen warten ist nicht schlecht aber die scholle ist wiederum ein bisschen klein ich glaube die muss als ausgleichsscholle herhalten damit wir mit der großen die kleine irgendwie so ein bisschen im schnitt wieder auf normalen standard bringen soll mir nur recht sein ich werde jetzt auch mal warten bei den einwürfen bis das verschwindet bevor ich wieder anfange weil vielleicht aber nur vielleicht ist ja ab und zu mal was dabei was sich dafür interessiert und im zweifelsfalle warte ich da lieber einmal länger als einmal zu kurz so da haben wir den nächsten fisch dran dass das jetzt diesmal eine flunder sein soll oder eine scholle das bezweifle ich mal am ende ist es eine almutter mit 205 gramm ist auch schön auch mal wieder schön die zu angeln ja gut auf was auf fünfer fünfer ist der grüne das passt irgendwie ins bild ja grüne köder mögen almütter gerne ich kriege jedes mal einen schockzustand wenn ich sehe dass da eine möwe an mir vorbeifliegt kommt schon die nächste kamikaze möwe an seht ihr das naja dreh besser ab das guter gegendruck ja plattfisch ist das aber ist es eine scholle frage ich mich es ist eine scholle jawohl mit 1,7 kilo wunderbar so was möchte ich sehen das sieht vielversprechend aus da sind die zwei kleinen sollen auch schnell wieder aus den gedanken raus gestrichen aktuell auf 46 einholgeschwindigkeit ich habe das mal peu a peu so um eins reduziert und irgendwie bin ich nun hierbei stehen geblieben da kommt die nächste scholle dies wieder ein bisschen kleiner wie sich anfühlt ja geringfügig also wir haben hier extreme wir haben hier schöne größen dabei mit 1,7 und 3,0 aber dafür auch im gegenzug drei kleine da war direkte bis das ist auch mal schön ja durchaus schöne überraschung deswegen auch unter anderem einfach mal liegen lassen auf grund wenn das ding gerade absinkt nach einer weile verschwindet die grundbewegung aber es kann halt auch mal sein dass in diesem sinkmoment der fisch einfach sich sagt ja das sieht doch interessant aus da gehen wir doch mal hinterher und das ist jetzt genau gerade passiert aus dem grunde variiert dass ihr könnt natürlich das ding kurz auf grund sinken lassen und direkt wieder loslegen aber wenn ihr euch das hier mal anschaut da würde ich doch sagen könnte man es überlegen ob man nicht mal einfach moment abwartet wobei ich für den kandidaten vermutlich nicht gewartet hätte hätte ich das eher gewusst auch sehskorpion scheint hier offensichtlich unterwegs zu sein ich hoffe mal dass es die ausnahme bleibt rein von der frequenz der schollen auf 13 minuten sechs schollen ist schon gut aber die größen müssen halt schon ein bisschen größer sein ich sag mal ist schön dass wir hier zweimal ein kilo und einmal drei kilo haben aber die untermaßigen die hauen da leider wieder so ein bisschen gegen aber es ist schön weil hier scheint scholle zu sein macht prinzipiell erstmal guten gesamteindruck ja und da der nächste seeskorpion fängt einer an kommen sie alle hinterher aber eine gute größe mit 1,17 kilo immerhin solange die frequenz hier halbwegs aufrechterhalten bleibt ist es gut wir haben jetzt neun fische in 13 minuten da gab es wieder direkt den biss oh ja schön schöner widerstand scholle hängt wieder dran erstaunlich viel scholle hier an der stelle wenig steinbutt dafür viel scholle gut gefällt mir alles soweit für die ersten 17 minuten kein schlechtes ergebnis nächste bis ok nächste scholle ich sehe sie schon aber wieder etwas kleiner das ganze aber mit haken immerhin häkchen ist dran vor sieht gut aus bisher würde ich sagen und wie gesagt das liegen lassen das würde ich euch nahe legen wenigstens bis die bewegung in grundnähe verschwindet danach könnt ihr euer ding durchziehen wie ihr es wollt aber dieser moment ist kostbar gerade diese sinkphase diese unbefleckte ohne irgendwelche angeleigenschaften des privaten eingeflochtenen stattfindenden auswürfe das wird sich jetzt sehr komisch an also ohne dass du im prinzip als angler deinen beitrag dazu geleistet hast lässt du einfach nur den köder stumpf runter das finde ich persönlich ist eine der interessantesten vorgehensweisen beim angeln mit absinken lassen weil du eben damit irgendwie alles ansprechen kannst ja ein absinkender köder mag für alles irgendwie interessant sein für jeden fisch und somit kann es halt auch mal sein dass du mit ein bisschen glück da was ganz besonderes dran kriegst es ist vor allem die art und weise zu angeln die jeder von uns zu praktizieren kann der eine kurbelt so einen auf der geschwindigkeit der nächste macht gar nichts und lässt nur liegen der nächste kurbelt konstant auf kleiner einholgeschwindigkeit jeder hat da tendenziell seine eigenen ansätze aber wenn du das ding auswirft und einfach nur sinken lässt und wartest bis die bewegung in grundnähe zum ersten mal verstummt bevor du dann wirklich deinen eigenen stil einbindet in dem du eben selbst ein kurbelst gibst du sozusagen ein allgemeingültiges signal ans spiel dass du den einfach nur absinken lässt und das kann jeder gleichermaßen so tun und das finde ich wiederum ganz cool weil so hat man mal einen bezugspunkt an dem man einheitlich anknüpfen kann also wie gesagt oh schau mal hier miesmuschel 70 gramm das ist eine schöne größe auch hier im seichten abschnitt so was sieht man gerne und ich weiß dass das ding ein bisschen was wert ist umso schöner ist das gerade ja war doch gar keine so schlechte idee mal hierher zu kommen und das ist halt auch das was ich so schön finde du kannst natürlich muscheln auch auf grund kriegen wenn du zum beispiel mit schaumgummifischen auf den plateaus 30 34 meter unterwegs bist aber hier zum beispiel diese seicht bereiche das hat für mich immer schon so den charakter von der muschelbank ja wenn ich irgendwo am hafen stehe und ich gehe da mal so ein bisschen die poller entlang da hängen haufenweise miesmuscheln beispielsweise immer und wenn ich mir das hier jetzt darauf vorstelle auf diesen auf abschnitt seicht wasser ganz viel ganz viel ebbe und flut dazwischen und wenn wir sage ich mal unter die unter die ebbe kante gehen da kann ich mir gut vorstellen dass da auch muscheln sitzen deswegen und das ist mit immer so ein grund warum ich mich versuche für sowas zu begeistern hier einfach weil es sein kann dass wir auf dem wege eben mal an solche besonderen meereslebewesen rankommen und die haben wir ja jetzt hier auch gerade gesichtet das ist auch wenn es nicht so aussieht immer wieder ein toller garant für silber im kescher alternativ wenn man da keinen bock drauf hat kann man sie natürlich auch verarbeiten weil so eine maßige oder auch unter maßige miesmuscheln ich empfehle die unter maßigen zu nehmen dann die haben natürlich das potenzial dann auch einen schönen köder abzugeben der wiederum für andere fische interessant sein kann und der im normalfall gold kostet wenn du ihn kaufen möchtest ergo hier hast du hier die möglichkeit deine gold köder selber herzustellen ist natürlich dann die frage was macht man ist es untermassig die muschel dann würde ich sie verarbeiten ist sie es nicht kann man sie auch verkaufen das ist halt dann die frage nach dem eigenen persönlichen geschmack was will man machen aber prinzipiell die möglichkeiten habt ihr bedenken wir dass wir ein bisschen weiter wieder richtung felswand werfen wollten 22 minuten 13 fische bisher anständig also für mich persönlich ja es braucht gerade ein bisschen aber ich denke die nacht ist gleich vorüber dann haben wir wieder möglichkeiten eventuell an das ranzukommen ich würde auch aktuell nach meiner bisherigen erfahrung hier an der stelle wo ich jetzt gerade hier schon stehe empfehlen dass ihr ab 15 metern die ihr noch habt ein kurbelt wieder weil irgendwie ich weiß nicht so er dahinter habe ich das gefühl tut sich was müsste schon ein bisschen über 15 meter rauswerfen habe zwar mal gedacht dass hier vor mir dann in dem bereich vielleicht auch was nachgeht aber zumindest nachts kann ich das nicht empfehlen dies tagsüber aussieht ich glaube dass es bis zehn meter okay ist aber danach wird es halt so sehr in diesem bereich ebbe flutzone gehen ich habe so das gefühl dass da kategorisch die fische ausgeblendet werden zumindest kommt es mir so vor jawohl 2 uhr 46 und wir haben wieder was da kommt die nächste scholle mit 410 gramm ist jetzt nicht riesig aber es ist eine scholle eine weitere in unserem casher schön sieht gut aus bisher ok nächste scholle leider wieder ein bisschen zu klein ab 400 gramm etwa kann man da sagen sind die maßig aber lustigerweise habe ich die jetzt auf speed einkurbeln auf der kleinen übersetzung rangekriegt 23 umdrehungen auf speed pause wiederholen also die hohe übersetzung bringt uns da nicht so gut voran habe ich das gefühl ich habe das eben mit hohe übersetzung getestet zwei zeitweise acht minuten pause dazwischen ich sehe jetzt schon dass es deutlich frequenter ist wenn ich die kleinere übersetzung wähle und damit arbeite da haben wir jetzt mal wieder ein sehskorpion dran mit einem kilo ok das probiere ich weiter mit der kleinen übersetzung wir halten die augen offen vielleicht ist es ja für mich eine möglichkeit gut an fisch dran zu kommen zack nächster fisch ok halten wir fest für mich persönlich die bessere option einfach auf der kleinen übersetzung mit shift einzukurbeln auf 50 da habe ich gerade irgendwie die bessere quote an bissen natürlich kann man danach die übersetzung auch wechseln was man aber auch sieht ist das jetzt vermehrt der sehskorpion ran geht was man ja auch bemerkt ist dass ich auch relativ weit tatsächlich hier ins innere rein werfen kann ohne dass die grund nähe besonders abnimmt also auch hier noch relativ seicht ist auch bei vollem auswurf ihr könnt also theoretisch euch komplett von links nach rechts eindrehen und da die ganze stelle abwerfen ohne dass jeder angst haben müsste dass das ding irgendwo absinkt zumindest kann ich das mit meiner rolle hier so sagen das ist natürlich auch schon mal viel wert sehr schön gucken wir mal gerade in die gewichte rein also die ersten vier die können wir getrost beiseite lassen aber sonst sieht es schon mal nicht verkehrt aus eine schöne mutter hier nochmal mit 364 346 die sieht gut aus jetzt vermehrt ein mutter zum schluss hier dran gekriegt aber jetzt noch mal für strand sehr schön gibt man abschied zwischen ich vermute mal vorsorglich es wird wahrscheinlich ein sehskorpion sein vorsicht vorsicht gefährlich lebt man hier so es ist tatsächlich ein sehskorpion okay damit ein abschied sehskorpion schon leicht zerfranst aus dem nimmer mit so noch mal ganz kurz zum spot hier allgemein ich würde sagen der kescher ist soweit vorbereitet wir hatten hauptsächlich scholler dabei zwischendurch ein paar sehskorpione und zum ende hin vermehrt aal mutter außerdem eine schöne miesmuschel das ganze wie gesagt hier an dieser position gegenüber vom hafen erster tipp nehmt euch ein stunden stunden ticket wenn ihr vor habt hier länger unterwegs zu sein vielleicht wollte er noch ein stückchen weiter da hoch wandern oder in die entgegengesetzte richtung dann macht es nicht wie ich und holt euch immer diese fünf stunden tickets sondern hier in dem fall für eine stunde weil ihr vermutlich über die stunde hinweg hier stehen wollt und alles andere wäre sonst ziemliche verschwendung tatsächlich wenn ihr das große ticket nehmt ist ja logisch so zweiter tipp hinter den stein stellen ich habe gesagt hier vorne was ihr hier seht ist die kante wir haben jetzt 14 uhr aktuell das heißt ungefähr an der stelle wo wir jetzt hier diesen übergang von grün zu bräunlich sehen ist normalerweise in der flutphase ende das heißt wenn man es hinter den stein stellen sind wir auf der sicheren seite nächster tipp ihr könnt von dort von diesem ansatz davon dieser hügelkette aus bis hierüber komplett voll auswerfen mit dem setup es wird relativ zeitnah auf grund treffen es ist keine große kante wie da drüben an der ecke wenn man da steht ihr kennt das aus einem meiner vorangegangenen videos da geht es dann relativ schnell auf 60 bis 80 meter glaube ich runter das haben wir hier an der stelle nicht das heißt ihr könnt den kompletten bereich ausnutzen meinetwegen da anfangen und dann sukzessive stück für stück euch nach rechts durcharbeiten auch das ist eine empfehlung zweite empfehlung wenn ihr wie ich so eine rolle hier mit konventional nutzt mit eigenschaften der doppelten übersetzung dann empfehle ich euch nicht nur die hohe übersetzung zu testen sondern auch mal die geringe übersetzung voll drauf zu gehen und dabei mit shift ein paar kurze umdrehungen zu machen das hat bei mir hier eben noch relativ gut gefruchtet auch das ist definitiv hier noch mal hinzuzufügen was gibt es sonst noch zu sagen für den moment erstmal nicht viel außer dass wir jetzt zurückgehen werden und uns anschauen was unser kleiner kescher hier einbringt wie gesagt ich bin hier vorher nicht gewesen es ist also ein kompletter schuss ins blaue und wir gucken mal was der schuss ins blaue am ende bringt bis gleich gute lieben willkommen zurück im hafen mir ist tatsächlich noch ein tipp eingefallen wenn ihr an der stelle steht wo ich eben stand passt auf dass er den kopf einzieht die möwen fliegen verdammt tief da drüben das nur am rande ich sehe gerade die muschel hier 84 gramm 201 silber wisst ihr was uns fehlen 14 gramm genau also hier haben wir nichts zu melden im café bzw mutter ist auch nicht drin also manchmal sind muttern drin kann sich lohnen muss es nicht einschauen lohnt sich auf jeden fall immer wir gucken mal in den fischmarkt rein was es da so zu bestaunen gibt nach preisen gehend kriegen wir hier 61 silber für unsere gemeine miesmuschel die scholle mit drei kilo bringt uns stolze 54 silber danach geht es mit 1,7 kilo weiter und 31 silber die aal muttern ab 300 gramm aufwärts 22 silber gute preise wenn man die frequent fängt top sache also die ecke ist da hinten auf jeden fall vor dem hintergrund dieser drei sorten fisch schon mal zu empfehlen weniger gut sieht es dann beim sehskorpion aus aber ihr erkennt auch hier ein kilo etwa ein kilo bringt auch fast zehn silber also das läppert sich so insgesamt auf eine stunde die wir unterwegs waren kommen wir auf einen betrag von 299 silber das ist nicht besonders viel das ist noch ausbaufähig noch eine weitere empfehlung ist wie gesagt bleibt nicht vielleicht nur an der einen stelle stehen sondern wandert auch mal ruhig ein bisschen nach links und rechts weiter das wäre vielleicht an der stelle noch zu sagen ansonsten ist das ergebnis eher tendenziell ein bisschen schlechter als üblich ich finde es trotzdem schön dass wir es mal ausprobiert haben und wie gesagt so eine muschel kann man dann verarbeiten oder in unserem fall jetzt wenn sie größer ist auch mal ganz gut verkaufen vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten mal und keep rocken Music 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 Auch Bis zum nächsten Mal.